Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen ein paar praktische Einstellungen in Word. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier Word zweimal offen geteilt auf dem Bildschirm und ich füge hier irgendwo, ich stelle hier den Cursor hin, ein Bild ein, hier unter Einfügen, Bilder. Ich nehme gerade dieses hier, Doppelklick darauf oder Klick darauf, Einfügen. In Word ist es immer ein riesiges Bild. Ich kann das zwar packen und irgendwo an einem anderen Ort hinstellen, aber es ist trotzdem noch riesig. Ich packe hier den Ecknagel hier unten oder hier oben, einfach nicht auf der Seite, denn so würde das Seitenverhältnis verzerrt. Ich packe nun das Bild und stelle es, ja, irgendwie geht das gar nicht. Auch wenn ich nun hier den rechten Einzug ein bisschen verkleinere und nun das Bild hier oben rechts hinstellen möchte, ich packe es, möchte es hier oben rechts hinstellen, so geht es nicht. Warum? Bei Word ist ein Bild immer wie ein grosser Buchstabe. Ich muss hier zuerst bei diesem Regenbogen auf Quadrat klicken, erst dann fliesst der Text um das Bild herum. Oder man könnte sagen, das Bild sei hinter dem Text oder vor dem Text. Ich nehme nun einmal eben Quadrat und jetzt kann ich das Bild dorthin stellen, wo ich gerne hätte. Ich will das aber nicht jedes Mal so einstellen. Mir wäre es lieber, es kommt immer bereits aus Quadrat. Sie finden die Einstellung hier. Ich gehe hier zu diesem Word, gehen Sie zu Datei, Optionen, bei den Optionen zu Erweitert und hier bei Erweitert scrollen Sie nach unten nicht sehr weit. Hier bei Ausschneiden, Kopieren, Einfügen sehen Sie Bilder einfügen aus und hier steht ja, es sei wie Text in einer Zeile. Das ändere ich nun und klicke hier auf Quadrat. Lassen Sie sich nicht verwirren, dass hier plötzlich ein Hund statt ein Regenbogen erscheint. Früher wurde das dargestellt mit einem Hund. Quadrat. Okay. Und wenn ich jetzt ein Bild einfüge, dann funktioniert es. Ich probiere das nochmals. Einfügen. Bild. Ich nehme das noch einmal. Einfügen. Ich kann das kleiner machen und sofort dorthin stellen, wo ich es gerne hätte. Ich bin wieder zurück und möchte hier zwei Kürzel von Mitarbeitern einfügen. Ich mache eine Zeilenschaltung. Hier eine Klammer. Go für Cornelia, Klammer zu. Schwupps und plötzlich steht da Copyright statt C oder zum Beispiel Klammer E für Ernst, Klammer zu und hier steht Euro. Da ist also ein Automatismus hinterlegt, der mich je nachdem stört oder den ich unter Umständen auch nutzen kann. Wo wird das eingestellt? Ich gehe hier wieder zur Datei, Optionen, bei den Optionen zu Dokumentprüfung und hier bei Dokumentprüfung zu Autokorrekturoptionen und hier drin sehen Sie Copyright E für Euro. Sie können hier einen Klick drauf machen, löschen, hier einen Klick drauf machen und löschen oder grundsätzlich diesen Automatismus hier ausschalten oder aber ich würde doch diesen Automatismus nutzen. Zum Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, der hat einen unglaublich komplizierten langen Namen. Ich schreibe hier die Kurzform seines Namens hinein, Tiru und hier hinten soll statt Tiru sein langer Name stehen. Okay, ich brauche in Zukunft nur noch Tiru zu schreiben und das Tiru wird ersetzt durch seinen Namen. hinzufügen. Okay, ich gehe hier oben hin und immer wenn ich seinen Namen schreiben muss, dann schreibe ich nur noch Tiru, Leerschlag und schwupps, da ist sein ganzer Name. Ein anderer Automatismus stört auch. Ich mache hier eine Zeilenschaltung. Ich beginne mit gestern. Ich schreibe das extra klein gestern. Leerschlag und gestern ist gross. Oder ich schreibe eine Abkürzung für Lenherr Pirmin, fahre weiter gegen gestern. Jetzt ist das G gross, weil hier ein Punkt steht und Word meint, das sei ein Satzende. Das ist doch komisch. Oder ich füge hier eine kleine Tabelle ein. Immer wenn ich in einer Zelle etwas schreibe, das zwar klein ist, zur nächsten Zelle hüpfe, ist das gross, zur nächsten Zelle und es ist immer gross. Das stört auch. Wo ist das versteckt? Hier unter Datei, Optionen, Dokumentprüfung, Autokorrektur. Hier jeden Satz mit einem Grossbuchstaben beginnen, den würde ich rausnehmen. Jede Tabellenzelle mit einem Grossbuchstaben, den würde ich rausnehmen. Das andere würde ich stehen lassen. Okay. Okay. Und Sie haben Ruhe für die nächsten Jahre. Ein weiterer Automatismus stört auch. Ich mache hier eine Zeilenschaltung. Ich mache einen Bindestrich. Ich will da kurz etwas schreiben. Ich will da eigentlich gar keine Aufzählung. Birmin, Cornelia. Das hat automatisch eine Aufzählung gemacht. Komisch. Oder ich lösche das nochmals. Ich beginne nochmals mit. Nur weil ich eine Eins und einen Punkt gesetzt habe, macht Word automatisch eine Nummerierung. Das will ich auch nicht. Irgendwie stört mich das. Ich kann ja hier oben dann schon sagen, wann ich eine Aufzählung oder eine Nummerierung gerne machen möchte. Diese Einstellung verändern wir auch. Gehen Sie wieder zur Datei. Optionen, Dokumentprüfung, Autokorrektur. Hier bei Autoformat während der Eingabe würde ich die automatische Aufzählung rausnehmen. Auch die automatische Nummerierung. Achtung, hier hinten nochmals bei Autoformat. Hier steht nochmals automatische Aufzählung. Auch hier würde ich den Haken rausnehmen. Komischerweise braucht es hier die automatische Nummerierung nicht mehr zu erwähnen. Ebenfalls Bindestriche durch Gefierstrich ersetzen. Das würde ich rausnehmen. Hier vorne ebenfalls Bindestrich durch Gefierstrich rausnehmen. Okay? Okay. Eine weitere Eigenart sind die Anführungszeichen. Bei mir schreibt die Maschine so Anführungszeichen, Birmin, Lenher, Schlusszeichen. Wenn Sie diese französischen ändern möchten in typografische, dann gehen Sie zu Einstellungen, Datei, Optionen, Dokumentprüfung, Autokorrektur und hier unter Autoformat während der Eingabe, hier finden Sie die geraden Anführungszeichen. Setzen Sie den oder setzen Sie ihn nicht. Und hier hinten nochmals Autoformat. Hier ist es aber hier zu finden. Gerade durch typografische Ersetzen. Probieren Sie es aus. Das ist eine Wissenschaft für sich. Okay? Okay. Und zum Schluss. Sie kennen die Sorge. Sie schreiben eine Zahl, Punkt, Strich, Strich. Das sind zwei Bindestriche. Sie schreiben weiter. Und plötzlich ersetzt Word, diese beiden Bindestriche nachträglich zu einem langen Gefiertstrich. Mich stört das. Ich stelle es ab. Gehen Sie zu Datei, Optionen, Dokumentprüfung, Autokorrektur, Optionen und hier Bindestriche durch Gefiertstrich ersetzen. Das nehme ich raus. Ebenfalls bei Autoformat. Hier ist es weiter unten versteckt. Bindestriche durch Gefiertstrich ersetzen. Haken raus. Okay. Okay. Und das passiert Ihnen nie mehr. Angenommen, Sie brauchen nun trotzdem einmal den Gefiertstrich. Dann schreiben Sie es so. Ich schreibe hier 50 Punkt. Und jetzt die beiden Tassen Control und die Alt-Taste miteinander drücken. Und auf dem Zahlenfeld auf das Minus. Dann erscheint sofort der lange Gefiertstrich. Das war's. und schreibe hier mal Trich auf euchüssig muss sich verINGSst boom Radiertze und an um 208 6-8 como ich weniger an ein paar Monate. Untertitelung des ZDF, 2020